Ich bin in die Reihen gegangen. Ne, wissen Sie was, wenn Sie die anderen... Das war von beiden Seiten. Und was wir wollen, das ist, dass wir unsere öffentlichen Plätze, unsere öffentlichen Räume wieder zurückbekommen, dass wir wieder unbeschwert in Parks gehen können, dass unsere Frauen nachts durch die Straßen gehen können, ohne dass sie Angst haben müssen, angemacht zu werden, von oben bis unten gemustert zu werden. Und weil auch die CDU sie anders behandelt hat und den Spielraum gegeben hat. Ich möchte unbedingt Solidarität bekunden und ich möchte Liebe auf die Straße bringen. Es wurde in den letzten Tagen zu viel Hass auf die Straße gebracht. Ich finde, es ist an der Zeit, mal ein bisschen Liebe auf die Straße zu bringen, weil nur mit Liebe kann man Hass bekämpfen, nicht mit noch mehr Hass. The QT's are welcome here! Save it now! Save it here!